Tag Leute, das ist jetzt mein erster Vlog. Ja, ich weiß, es ist halt jetzt das erste Mal. Und natürlich, was denn sonst? Ja, Kamera-Akku war alle. Ich hab hier noch einen Freund mitgebracht. Ich glaub, der will auch noch mal was dazu sagen. Tag, ich bin's, sein Freund. Der hat gar keinen Freund. Naja, also wir wollten jetzt erstmal den Vlog drehen. Und davor hab ich halt mal eine Kamera aufgeladen. Wie man's halt macht, ne? Aber das Blöde ist halt, direkt als ich ein Video machen wollte, stand da Low Battery. Also da war nur noch ein Balken. Also so ein roter Balken einfach. Der hat die ganze Zeit geblieben. Naja, da konnte ich nicht so viel Videomaterial rausholen, aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Vlog. Willst du noch was dazu sagen? Ja, dem stimme ich zu. Hab ich mir schon gedacht. Hi. Sehr professioneller. Los geht's. Na toll. Kein Videomaterial mehr. Aber egal. Ist es halt ein kleiner Flug. Hier sind noch ein paar geile Clips. So hobbylos ich auch bin. Süß.